Wolva möchte ich auch auf dem Boden sehen. Geht doch. Jetzt mischt sie mal auf. Counter-Charge! Lul! Da kommt ein Counter-Charge! Da kommt ein Counter-Charge! Aaaaaaah! Rettet mich! Rettet mich! Nein! Das wird fangen! Bis zum nächsten Mal! 50 Sekunden! Virginia nach Süden... 1, 2, 3, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 Wir haben Brand verloren, Paule, geh vielleicht gut nochmal 20 Meter rüber. Machen wir. Wie kriegt man hier Vogel? Machen wir. Kann ich mal zeigen, wir haben Brand verloren, wie Brand verloren? Surf Brigade! Solarm! Break Reload! Ist er voll oder was? Ja. Surf Brigade! Ein Platz ist voll. Was soll ich sagen? Hört man was? Wir warten mal. Ja. Ja, was soll ich sagen? Nichts. Ich sag's nicht. Ja, ich hab's nicht wahrgenommen. Ich hab's nicht wahrgenommen. Danke. Abendsburg, links am Fließen. Oh, hier ist ein bisschen schnell. Bitte 6. Junior, right rest. Gordens, right rest. Gordens, right rest. Gordens, right rest. Gordens, right rest. Wenn ihr auf eurer Fußspitze kommt, passt bitte auf, dass ihr das... Abendsburg, right rest. Ähm. Abendsburg, right rest. Sag es, Gordon, right rest. Gordens, gib mir. Dankeschön. Lefeigt man? Fugstab. 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 How do we want to do this? Let's go to the house. Yeah. Fugstab. Gordens, okay. Gordens, right rest. Fugstab. 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 Fugstab much. Fugstab. Schauen wir mal. Ich würde vorschlagen, wir bleiben hier an der Kirche und die 56 weiter außen. Ich hab eins von dir noch. Ich hab die Slauter. Oder wie willst du das haben? Sorry. Ich hab'll nur noch nie die Frage. Die 56 runter und die 51st als scrimischer nach vorne. Ja, ja. Und die 51st kann nach vorne? Fugstab. Legit left face Legit face Frühstück. Levington? Oder Ulti? Ja. 51. Wir werden knappe der Kirche stecken. Wir werden 56. durch die Straße. Und vielleicht gehen Sie in advance als Schirmishers und ja, und dann werden Sie was auch an die Heldung. Ja, Sie können. Ja, zum Beispiel. Wir werden sicher, dass es so blöd ist. Gut, Glückwunsch. Gut, Glückwunsch. Nimmst du weiter unten, die Zaunecke? Perfekt. PGT noch ein Stück. Rechte Rücke. Genau. Die Artillerie besetzt? Bestimmt. Wollst du auf großer Entfernung das Feuer mal eröffnen? Strecke? Kannst du wir treffen? Ja. Dann bitte. Komm ins Fall. Company. Take aim. Einstellung. 300. Die Y-Taste 300. Auf 300 umstellen. Sehr gut. Recover Arms. Recover Arms. Recover. Recover. Links bewegt sich Nord-Ost eine Fahne. 300er Einstellung genau in die Mitte. Take aim. Aim Company. Naim. Schön über die 50 Fristen wegziehen. Feier. Auf der Straße entlang. Tobi, was sagt die Artillerie rechts? Nicht, dass die uns hier jetzt gleich richtig in die... Freightrass. ...frasse. Seh sie noch nicht. Ich seh die Leute dort. Ja, ich seh auch vereinzelt welche. Es gibt's. 300 aufs Knie. Aufs Knie? Na warte, wir müssen erstmal ein bisschen... Was? Slaughter ist da unten, ne? Slaughter hab ich runtergeschickt, wie... Ja. Keine klaren Ziele. Aber ich glaub, die gehen alle links. Für uns sind nur die Skirmes. Slaught Brigade, take aim. Slaught Brigade, take aim. Slaught Brigade, take aim. Oh ja. Und wenn wir Slaughter Richtung Artillerie von denen schicken, wenn der hier über rechts weiter rumgeht, dann kann der die nerven und wir gehen links schicken. Das klingt auch mal echt gut glauben, ja. Melder. Fröhlich. Geh mal nach rechts zur 56. Sag denen mal, die sollen hier über die rechte Flanke die Artillerienerven gehen. Über rechte Flanke Artillerienerven gehen, wir gehen? Wir gehen links helfen. Wir gehen links helfen. So verstanden. Should arms. Should arms. Should arms. Guard right. Forward. Guard right. March. Guard. Heidefetzt ist das heute im Bus. Lücken schließen. Ja wir sind auf dem Weg, sieh das. Pass, danke. Sorry. Ich dachte du bist nicht da. Du bist zu zerstören. Had a double! Lass die anderen erst noch durch, halten. Sorry, prepare for hold, hold. Cool, ich bin neben wieder. Wzen Sie aus. Ja, alles klar. Wie geht's? Rupert to hold. Rupert to hold. Zack, zack, in die Linie! Warte mal, die- Ich bin auf der G-Nine. Wir haben Feinde weit hinten, die springen über den Zaun drüber. Der Holt, Holt, Holt. Wir haben die Fahnen in Norden, die er links runter hat. Aber er schießt halt noch hier auf der Straße. Wir haben es nicht zielen, guckt euch nochmal um. Wir könnten auf der Straße, Straß und Verfolge. Wir haben Reis lassen. Eyyyyy. Eyyy. Schön Mitte, mann, jeder kann. Feier! Feier, wir sind bereit. Wir bleiben hier. Ein rein, Jungs, ein rein. March. March. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Rennen, 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 rennen. Arm nördlichen Zaun. Ein bisschen den Rauch wegziehen lassen. Take aim. Neues Ziel bei der Lohre überlegen. Links auf die Fahne zielen. Feier! 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 Fahne da! Fahne aufnehmen! So, warte! Company! McReady, take aim! Weitermachen, Mendes! Jetzt, ja? 56. Kartallerie an! Perfekt! Weitermachen, ich bin sofort da! Reinfels, wie schaut's euch rechts aus? Wir schießen jetzt nach Nord-Nord-Ost, da ist noch ne Linie! Okay, könnt ihr die ansonsten euch zeitgemein langsame Richtung Wald orientieren, die linke Flanke ist ziemlich weit offen, die 8 ist auf jeden Fall mindestens rüber. 10 Tage! Perfekt, ich vertraue der 14. nicht so ganz. Sees, Feuer! Sees, Feuer! Sees, Feuer! Sees, Feuer! Sees, Feuer! Sees, Feuer! Uiuiui! Und stehen auch da hinten, stehen sie im Wald, Nord-West. Ja, ich hab jetzt die 18. auch nochmal links geschickt. Ne, beziehungsweise... Der geht auch noch ne Einheit lang. Die stehen immer noch an der gleichen Stelle. Okay, ich guck noch mal kurz auf die andere Flanke. Ja. Hey! 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 Puntis abgerückt nach links in den Wald. Hey, es ist immer noch eine Linie vor diesem einzelnen Baum Richtung Nord-West. Und eine Linie ist noch rechts im Gebüsch. Oiiuiuiui! Same target, Deck. auf die fahne links und rechts davon ja die einheit ist schon links im wald drinnen nichts bischen sieht danach aus jungs zurückfallen hier hinterm zaun neu aufstellen fahne aufnehmen und links von mir neu formieren links von mir ja vor dem was noch da ist ja wo bleibt die verfickte verstärkung schlecht schulz und ketten du sitzt gerade so als wäre das was schlechtes ist übersichtlich und so dankeschön dankeschön ich glaube ich schneide unseren nachschub ab das ist das problem an der ganzen sache hier ich bin tatsächlich stinky cheese einfallen links links einfach Captain Frank, Meldung? Ja. Die Virginians kommen auf unsere Seite. Du hast zu deiner südwestlich feindliches Girmischer. Ich habe überall Feinde. Was? Südwesten? Das ist hinter der Kirche. Südöstlich habe ich gerade gesagt. Tut mir leid. Wo gehen die hin? Ich möchte sie hier haben. Sag ihm einfach, hör zu. Sag ihm, der Wald ist voll. Wir müssen den Strongpoint halten. Der Wald ist voll, er soll hierher kommen. Dort verheizt er noch. Mendes zurück. Sind das Feinde hinter uns? Ja. Überall Feinde. Verstärkung. Halleluja. Verstärkung, ein Fall. Dankeschön. Die sind alle in den Wald abgehauen. Ich dachte schon, ihr kommt gar nicht mehr. Dass wir hier abgeschnitten sind. Fritz ist hinter der Kirche dort gerade. Der Feind wird wahrscheinlich eher aus südwestlich-westlicher Richtung kommen. Schritt nach vorne. Vorschlag, ist die Atenrie dahinten gesetzt. Wenn nicht, dass wir uns in den Strongpoint reinstellen. Weil die werden aus dem Wald wahrscheinlich kommen. Ja, vermutlich. Schold arms. Nein, nicht, nicht. Schold arms. Schold arms. Right face. Right face. Wer verlässt? Right face. Macht den Re-Rank richtig, Jungs. Re-Rank ordentlich stellen. In der Kolonne. Scheid nicht, ich kann. Aber da. Over the fence. So, zieht euch beim Laufen. Cold. Over the fence, Jungs. Prepare to hope. Prepare to hope. Oh. Wisst ihr, was uns hier an? Schlecht uns hier an. Schlecht uns hier an. Wirklich wissen tun wir es nicht, ne. Sturm, Jungs. Aufstehen. Dann schließe ich mich kurz euch an. Aua. Er ist tot. Er ist tot. Nicht Pauling. Kann die Fahne ein Stück zurückgehen, bitte? Jo. Neu gepflanzt. Einrein. Andrews, einrein. Bei Netta. Laden. Jawohl. Das ist Find Nordwest. Ich hätte Find Nordwest. Ja, es schießt. Alles klar, wir brauchen uns kurz. Dann einfach reinschließen. Komm schon. Ne, ne. Das Mündungsfire ist friendly. Ne, die dahinter. Ey, dahinter. Ja, dahinter stehen noch welche. West, Nord, West. Ja, aber ich würde sagen, Richard hilft mir. So, das sieht doch gut aus, dass ich da erst sterben muss. Das ist gut. Könnt ihr die Fahne sehen, West, Nord, West? Negativ. Legs noch baum. Kertenstrecker, Meidung von der 56. Bitte? Ja, jetzt. 56. Direkt westlich unsere eigenen Stellung mitgeteilt, dass wir im Gefechtszentrum sind. Äh, das was? Dass sie hier sind und die auch in die Stellung reiten werden. Artel richtet sich ein. Weiter Befehle. Äh, nö. Einfallen, jawohl. Können links die Arti wegholen. Mendes tot. Soll ich jetzt mal rein in die Linie? Scheinliche Einheit hinter uns, Ost. Große Linie. Oh, ja. Oh, ja. Ja, dort läuft eine große Linie wohl und die Artillerie schießt sich an. Hm, ja. Wir haben keine First Sergeant nach vorne. Vorm Weg kann dahin gehen. Spreadface. Spreadface. Redface. Äh, fröhlich. Beziehungsweise ein anderer Melder, nicht immer nur fröhlich. Ja, der Signa ist ein anderer Melder. Signa, Meldung an die Fifty First, dass wir, äh, auf die rechte Flanke unterwegs sind. Fifty First ist an den Steinen, oder? Ja. Genau. Fifty Second. Einfach nur Meldung, was wir tun, mehr nicht. Hinten, sprinten. Cool, sprinten. Kampflinie, Jungs. Kampflinie, Jungs. Kampflinie, Kampflinie, Kampflinie. Was macht ihr denn da? Der Feind steht direkt gegenüber West, Süd, West. Im Gewösch. Oh, im Hintergewösch. Company, take aim. Company, take aim. Mitte, Mann, jeder kann. Fah. Kampflinie, 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 Kampflinie. Vier Verluste. Ja. Dressen nach, im Reload, Jungs. Schön Dress. Mindest wieder da. Erstmal den Frontrank sauber machen. Maximum mal einfallen. Genau. Ihr seht den Gewösch. Ein bisschen die Fahne wehen. Der kommt gut. Company, take aim. Tobi, zweite Einheit Dritte Einheit Dort Richtung Süd, Süd, West An dem einzelnen Baum, dort ist die dritte Einheit Kapitän, habt gemeldet, dass wir im Nordwesten sind Feind hinter uns rechts Tobi Ja, gehört Kommt Reitress, Frontrank, macht die Beine noch mal rechts rüber Jawohl, passt Wer nicht hat, Bayonet J. Cole, Reitress Company, Charge Bayonet Charge Bayonet Charge Bayonet At the double At the double Oh, wo ist der Fett? Schönen hinten halt, mit der Fahne Malarky Auf in den Tod Weiter, weiter Sehr schön, nice Tobi, du hast mal getroffen, das gibt's ja gar nicht Ja, da haben wir eben den Mach sie völlig Fertig Fertig Third Brigade, hier vorne einfallen Third Brigade, hier vorne einfallen Third Brigade, vier sammeln, fifty seconds, second Geht was nicht Keine Ahnung, achtete zu mir Achtete zu mir Augen zu einem Zaun We have all We have all Achtete zum Warpstuhl Achtete zu warpstuhl Achtete zu warpstuhl Achtete zu warpstuhl Ja, sehr gut, Jungs, sehr gut. Das ist eine Lücke, du kannst doch ruhig rein, wenn du möchtest. Das ist ein wirklich guter Charge, Jungs. Geppen nach Verbündeten hinter uns, keine Feinde mehr hinter uns. Ja, perfekt. Aber unsere rechte Flanke müsste offen sein. Äh, ja. Treppe. Follow me. Everything all right, Levington? At your position? Äh, yes. Okay, let's say so. Did the unit move to the right? Yeah, there were quite a few enemies moving to the right, so we decided to go in there to try and slow them down, essentially. So the right flank is open right now? The right flank is secure for now. Okay. Do you need help? Okay. We don't need any help with that. Okay, understood. Um, are you guys gonna stay here or go back towards the center? Hmm, haven't decided yet. I would suggest moving back to the center, and then we can move from there to the left or the right, because I don't think they will come again over the left. Whatever you decide, you can just bugle it to us, that you guys are moving to the center. Yeah, well done. Nice. Prepared on the left. You got to go back to the left. At least at me. Right right, forward. Thank you. Forward. March. Captain Shard, come say, oh yeah. They come just over the left. They were on the front. cast out of place. Let's jump together. Prepared! rose. Kommt Jungs, macht euch bereit, die haben doch nicht genug, die wollen doch ne Runde. Yip, yip. Sag, sag, sag. weil wir so groß sind wenn ein befehl kommt die die noch nicht stehen ins double quick die letzten schritte im quick time ich sehe ob sie in den strongpoint fallen oder nicht das ist die lusiana ne ich will schießen und dann würde ich jetzt ungern den strongpoint überlassen ja geh mal nach rechts zur vierzehnten lusiana mit der fahne und sagt ihnen die sollen in den strongpoint oben rein haben die fahne geholt links von uns ich hole mir ja treffer dort wo es die neuen über die köpfe halten damit so viele verluste nehmen hatten uns zurückfallen lassen zu den verbundenen der näher kirche ja jungs ich sagte viele verluste auf die linke einheit hey game company genau das gleiche spinn spitze mit dem mann weg da jeder kann fahrer fast noch mal erschossen halt auch mal ein auge ich habe gerade gesehen dass die richtung west beide fahren wieder eingesammelt haben also irgendwas ist noch im wald also die augen offen 14 feld vom strongpoint zurück fahrer fahrer die kirche so verstanden wir sollten wir zu viele verlust zu fallen er hat so viele verlust zu fangen sollen wir uns die kirche zurückfallen lassen wenn der kipp nicht da ist kippen frank ist auch noch da nur für den fall nur für den fall schmackst du nach dem land same target yeah same target same target regiment in between ist fahrer load 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 ja nach dem nachleiden die linie wieder herrscht hört man die leute eigentlich wieder nach dem tod? ja oh ich hab mich schon gewundert feuer verlagern nach rechts auf die kleinere einheit take aim die stehen etwas günstiger für uns kleinere einheit recover arm richtung ansagen nochmal richtung ost hey 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 feier i don't know you shit i don't know you shit i don't know you shit stricker wie sitzen mit treffer da vorne hmm geht's du 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 kennst du du kennst du ja Spin it up, make it look nice boys. Uh oh. Did you see something? Oh shit! Battle line to the right! Battle line to the right! Rechts! Tobi! Rechts! 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 Links jetzt! Pass auf! Okay. Los! Zack! 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 Double quick! Was geht denn hier? Mein Gott! Prepare to hold! Prepare to hold! Gibt's den dreckig! So ne billige Scheiße hier! Oh Gott, die Verrückten! Sie ist feier! Sie ist feier! Sie ist feier! Die sind aus Tennessee! Was hast denn du gedacht? Hä? Die sind aus Tennessee! Die stehen im Cap! Die sind im Cap! Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Da wollte ich eigentlich hin. Wo sind sie genau? Im Cap! Da ist die ganze Masse da! Red Face! Red Face! Red Face! Wieviel sind wir? Genug? Sie waren ein bisschen Sky im Cap! Pfeil ich noch! Double quick! Double quick! Forward! Break realer! da ist die unionsfahne ist dann noch eine kolonne wo es da die war kann hinter der kirche die 8 ist in der kirche und irgendwas kam gerade massiv von links über das freie feld von ok also die rechte flank ist offen und da ist unionsfahne alles klar ich kann es das ist quatsch Gebt auf, Jankies! Gebt auf! Verlassen wir euch auf den Boden! Alter, was ist das? Wieder mit der Tyronei! Wieder mit der Tyronei! Wieder mit der Tyronei! Wieder mit der Tyronei! Für Dixie! Da kommt noch eine Einheit, glaube ich, Richtung Ost. Ja, ich rück's mir an. An den Zaun ran! Habt ihr noch Schüsse? Nee! An den Zaun von mir an! Da schießt man die Schweine da unten! Sehr schön! Ja, sehr gut! Kann ich mal die wegmachen? Oh Rambo! Move! Flümmel! Hey, wer hat mich jetzt geknüppelt? Nicht mal an die Fahne auf, sonst knüppel ich euch! Da geht's hier in Double Ranks an den Zaun ran! Ihr habt einen Vorblick gehört, zack zack! Kommt schon in Double Ranks! Neues von Mühlen, auch von... Ihr habt drei Leuten in Double Ranks gemacht, ist eure Sache! Hört's heute noch was zu machen! Äh, falsche Taste! Das läuft bei uns natürlich nicht besser, aber Ticket-technisch nicht! Hm... Wir kommen jetzt wieder massiv über Links! Ja, dann... Viel Bewegung im Wald gesehen, ja... Da gehen sie über die Straße! Kriegen wir das nicht mal auf den... bitte raus! Ja... Oh, Mendes, du bist ziemlich klein! Ich spiel klein aus! Red Face! Red Face! Red Face! For what? For what? Counter March! Counter March! Der Schuss kam von hinten! Ah... Ah, that was close! Der ebenso! Wer schießt auf uns? Die hinten! Die hinten! Die hinten! Oh! Okay! Die hab ich gar nicht gesungen! Left side! Der kommt gleich nach links! March! Go for the nipple! Uh, yeah, no last boy! Halt den nipple, boys! Halt den nipple, March! Halt den nipple! Double! Halt den nipple! Halt den nipple, boys! Stand too far away! Fluch! Halt den nipple, March! Halt den nipple! Halt! Halt! F Iron at will! F Iron at will! Oh, fuck! F Iron at will! Gib's den dreckig! Los, los, los! Ja, sehr schöner Treffer! Halt den nipple! Fluch der nipple, der n apologized! Freue dich Juri, auch nicht rein Wir brauchen Hilfe am Strongpoint, da pushen sie gerade richtig hart Auf der Straße, auf der Straße Auf der Straße, auf der rechten Seite Geh' dem HELL, das sind nur die Yankees Komm her, Yankee, wir sind in der Straße Oh, sorry, sorry, sorry Oh, Virginia Oh, fuck out 3rd Brigade, jemand am Leben? 3rd Brigade zu mir 3rd Brigade Oh, so, counter charge, counter charge Mach sie fertig, die können nix 3rd Brigade, make ready Take aim, left oblique, Norden Take aim, left oblique Boah, guter Schuss Ciao Ja Das sind die Schussmane und Schussmane Können die Bermittschen, euer Doch, nicht schön Ich bin die Schussmane Ich bin die Schussmane und Schussmane Ja, da würde ich sie ein wenig zu tun Der Mannhutel, Juri, ist geplant, ist er also ein Schussmane Das ist die Schussmane und Schussmane Das ist die Schussmane, die Schussmane und Schussmane Da liegt er, klebt er in den Bildschirm hier. Haben wir irgendwelchen Feinde links? Oder was ist das? Ja, es ist hier gelegt, Richtung Nord-Nord-West, hat eigentlich nichts gelegt. Schiffregate, rolldarms, right face. Schiffregate, rolldarms, right face. Schiffregate, rolldarms, right face. 4th March. Wir stehen hier nicht gut. 4th, 4th to the fence, then 51st. Nachschub, Eintfall. Ich gues so. Alter. Hey, was ist das? Eintfall, Nasho, kill. We go with Sester. Alright, we just go to the fence. Yeah, get to the fence. Farmer aufnehmen. Farmer aufnehmen. Bei the left flank. Bei the left flank. March. Bei the left flank. Eintfall, die Aktion. Bart. Same shoot em. They're coming up the fence line. Bei the left flank, Jungs, hier sind ne Kampflinie. Beepre to hold. Toad. Toad. Get's in Drecki League. Make ready. Make ready. Make ready. Make ready. Hey. Kommt nicht so gemütlich. Wir sind im Krieg. Fah. 2nd platoon. Take A. 2nd platoon. Oh shit, rechts. Stricker. Ich hole ne Unit. ıyoruz nCR9. 5pt platoon. What? Zwei cepes suspension. 5x fan view. 2nd platoon. 2nd platoon. We have no path." We can get the right flank. verteidigt den also nicht ganz dran was daran kommen die treffen und jetzt sticht sie ab die schweine weg mit denen und diesen dreckigen penner mit dem revolver möchte ich auch auf dem boden sehen geht doch jetzt mischt sie mal auf counter-charge lul da kommt ein counter-charge rettet mich rettet mich Nein! Was ist das? Haltet zusammen, haltet zusammen! Das hat mein Mann! Das hat mein Mann! Das hat mein Mann! Harter Kampfhote! 51st, on my left! Bayonete, nicht vergessen! Holy shit! Atmet durch! Mach's schön! Jetzt ist nochmal meine Ruhe! Load and fix! Bannets! Wir sind auf dem Punkt! Und Offizier? Ja! Ne, das wird's noch nicht! Sehr gut, wer fertig ist! Ah, Hannibal! Komm zurück! Erst in Linie, dann nachladen! Noch ne Sekunde! Ah, Trubi ist da? Perfekt! Ja! Das wollte ich gar nicht! Mach dir keine Angst! Heinzi, was sagen die Erdmännchen? Also, sie kommen hauptsächlich gerade über die rechte Seite! Hm... Ich will so versuchen, da wahrscheinlich zu flankieren! Der Großer von uns ist links! Erst in die Linie einfallen, dann laden! Okay! 3rd Brigade, at the double quick! At the double! At the double! At the double quick from me! 4th March! Hannibal, normalerweise jetzt hinter 1! Double quick! Jaaaah! Kann die Leute auch nicht gehen? Was? Ja, das... Jaaaah! Perfair right oblique! Perfair right oblique! Perfair right oblique! Perfair left 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 oblique! wir haben nichts mehr richtig und die durch nein ich nicht wir verlassen blick war verläuft ja aufholen bitte sagt sagt lücken schließen ja dankeschön virginia ist drin ja es ist wo stehen sie denn die hinter der Klinik die sind wahrscheinlich unter dem Hügel oder so am Zaun hier oder nicht ja maybe over the fence over the fence by the left flank march los in die Kampflinie Bewegung Bewegung shit und ranna wo ist der jesus Maximus los 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 er hat einen Schuss er hat einen Schuss er hat einen Schuss New York volunteers macht sie alle nur Bayonetta Tobi du bist ein größerer Schender als ich die zack 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 wir müssen weg hier r r r r r Hertha-Double Hertha-Double Kommt los, hopp, 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 einfallen, Double-Quake, nicht nachfallen, kein Doppel-Quake, kein Doppel-Quake Kommt schon, wir haben noch genug Zeit, um euch einmal zu verheizen, also ein bisschen Bewegung hier Ich glaube, die hätte ich den Katzen raus Ne Da gab es kein Zurück mehr Ich würde spielen Run Run Schön von hinten genommen Ja, das hat leider nichts gebracht Ich glaube, rechts der Kirche ist was ongoing Wir cappen schnell Na, wo seid ihr? Wir sind da Oh, war das knapp Kommt weiter, weiter, weiter Weiter Kipp, kipp, kipp Vorne am Zaun, vorne am Zaun Interlion March Interlion March Wir haben keine Munition, also sollten wir rein yeeten Yeet? 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 Yeet, Valentin Yeet Macht sie fertig, die kommen nix Nice Danke Ach komm Durchlaufen, durchlaufen, los Chami! Chami! Augen auf, press T Sorry Perfekt Third Brigade sammeln Third Brigade sammeln Third Brigade an den Zaun Nach dem Laden Right, press to me Right, press to me Hey, the fucking holy moly shit Ich dreh mich grad von hinten rechts um und ich dachte erst, oh Gott, aber ne Los, laden, 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 laden Laden, laden Laden, laden Sammeln, laden Da liegt ne Fahne am Boden, hebt die mal irgendjemand auf Hebt die Fahne auf Ist für nicht unsere, aber ist egal Eure Fahne Jungs, eure Fahne links Ready Ladet schnell, die kommen jetzt Kommt einfach Achso Macht das vernünftig hier, macht das ordentlich Nehmen den Platz Dann First Sergeant Mendes, commence fire auf die Jungs auf dem Hügel da vorne Auf den Hügel gentleman Take aim Take aim Ruhig Feier Schön zusammenrücken Wir brauchen jetzt alle kräfte hier Ja, wir kriegen gleich Verstärkung Ja, da kommt schon wieder was Das muss wirklich jeder hier stehen Zerp Brigade Zerp Brigade Zerp Brigade Oh Gott Das hat glaube ich nicht so viel erwischt Zerp Brigade Ob der Zaun hat viel Ja, der Zaun hat einiges abgefeind Ich würde ein Feuer Würde geben Noch nicht, ja Aber das können wir gleich machen Vielleicht Zerp Brigade Zerp Brigade Viert Brigade Frontrank 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 Macht euch breit Macht euch breit Und Break Check Reload Yes Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. Vielen Dank.